Das ist hier in Lentig, Landkreis Hubshafen. Heute ist der 20. Oktober 2012. Fester Sonnenschein, Laufesbelk, Descotec Röhrs, Richter Pauernhof, wie alles. Bäckerei Blank. Hier verfolgt ein großes schwarzes Kind. Ein kleines schwarzes Kind. Habt ihr das gesehen? Das ist auf dem Verkehrsschild dargestellt. Ich finde das nicht so schön, aber wenn es denn sein muss. Das haben sie früher mal entworfen. Da sind doch echt zwei gedacht, so im letzten Jahrhundert. Da wurde ja so vieles übernommen. Die ganze Straßenverkehrsordnung, speziell §1. Hier ist ein schön roter Baum. Da war wieder gelb. Lentig. Im Herbst. Lass sehen. Keine großen Auffälligkeiten. Da. Ja. Wir fahren jetzt. Ne, hier biegen wir rechts ab. Genau. Rechts ab. Dann kommen wir wieder raus aus Lentig. Und tschüss. Und den Pauernhof noch. Schöne Allee, klasse. Alles nur noch Lentig oder sonst was. Schöne Allee, ne? Klasse. Alles nur noch Lentig oder sonst was. Also man, I'm pretty good at this.